Ich stoppe das Video, sobald ich es nicht mehr essen würde. Sagen wir, das ist hier Rindfleisch, weil das ist eindeutig Speck. Aber sagen wir, das ist Rindfleisch, weil sonst haben 90% meiner Videos gar keinen Sinn, weil viele mit Schweinefleisch arbeiten. Bei dem Fleisch können wir mal cheaten, aber bei dem Rest nicht. Dann haben wir hier, was haben wir noch? Ein paar Soßen, Gewürze, sehr, sehr geil. Oha, pass auf, nicht dass du dich verbrennst. Oha, Kiesesauce mit Dings da, Nudeln, oha, das würde ich essen. Geil, boah, next level.